Hallo meine Freunde, jetzt geht es natürlich auch direkt weiter, weil ich ja im letzten Part 2 ähm, ja, nicht wirklich aufgepasst habe, um Steckstelle zu suchen, aber egal. Wir sind hier immer noch in diesem Tunnelunterbau, keine Ahnung was es ist. Und wir müssen immer noch irgendwie flüchten, weil wir die Rakete zerstört haben. Kommt hier denn einer? Ne, hol ich mir noch ein Tunnelunterbau und Weiter geht's. Boah, ist der cool, ist der cool, der hat eine Rolle gemacht. So, und geh mal hin. Ich verstecke, ja komm, ich verstecke mich schon mal hier. Dann werden sie ja, denke ich mal, vorbeilaufen. Ja, oh, Double Kill. Perfekt, noch einer? Ne? Ja, wo ist Rennung vor? Ja, ist doch gut. Gut, 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 gut. Okay. We're going after Dragovich. We're losing him again. Stay with me, Mason. Kravchenko escaped before we could get to him. You were getting close. Dragovich was there, wasn't he? We searched the whole base. We couldn't find a bastard anywhere. This is a waste of time. But then we ran into Dragovich's limo. I had him. But then we ran into Dragovich's limo. Satisfied, Mason? I had him. No! No, not yet. Not until I see the body. Kid, you confirm the kill. Trust me. That rat bastard, Chuck over can't. Pump. So, ja, ich habe einen neuen Erfolg. Eine sichere Welt. Aha. Okay. Mich schaut es jetzt aus, wie es weitergeht. Erst mal wieder eine Videosequenz. Dann denke ich, jetzt sitzen wir wieder auf dem Stuhl. Oder sind wir direkt im Spiel. Ja, wir sitzen auf dem Stuhl. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Hey, wer sind Sie, Leute? Was wollen Sie von mir? Wir wollen die Nummern, Mason. Das ist alles, was wir nie wollten. Er weiß doch nicht, was die Nummern sind. So doof. Hauptsache, sie quälen ihn. Genau. Ich weiß nichts von Nummern. Nein, Mama, hilf mir. Ja. Ich weiß nicht, was Frank Woods. Es war ein Recon. Ein Covert-Russian-Aktivität in Laufs. Was ist der CIA-Handler, Hudson? Was er in K-Song? Erinnerst du ihn da? Hudson? Und Herr Shades. Das ist der Psychedelik-Musik-Show in AFVN. Ich bin Army-Specialist Zack Johnson. Mein APO hier ist 96309. So, oh, in Vietnam. Vietnam-Krieg. Okay, dann wird hier jetzt ganz, 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 ganz viel geballert. Ja, das bin ich. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiß. Nein. Was geht ab mit dir? Was hast du mir gesagt? Ja, ich zu. Ich bin voll frech, der Mann. Ich habe schon Mason-Broadley über die Situation gegründet. Ich habe nur die Blanker für dich. In 1964 gab es die CIA-Kontrolle für Corporate-Operationen in Süddeutschland. Er erklärt dir die ganze Geschichte. Ja, toll. Nein, außerhalb von der Basis für das Marine Corps, K-Sign ist unser Launchpunkt für alle Cross-Border-Aktivitäten. Wow. Wow. Ja, genau. Ja, genau. Eigener Mann umgefahren. Perfekt. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind noch nicht weit gefahren. Und der CIA-Fox-Border-Aktivität liegt schon auf dem Boden. So ein Opfer. Ach Gott. Und ich soll den jetzt tragen. Ich glaube, es wagt hier. Nein. Okay. Schuhe noch von der Entfernung. Das ist jetzt die ganze Zeit zu korrigieren. Ich hätte noch ein bisschen schießen und alles Mögliche. Dann wäre ich echt böse geworden. Deswegen bin ich voll scheiße. So. Wie sieht denn das hier aus? Wie geht denn das weiter? Man, wie. Ich will auch ballern. Das war jetzt zwar gerade unwinnig, weil ich nicht kann, aber. Ich weiß heute irgendwie überhaupt nicht, weil ich es sagen soll. Und es ist irgendwie so ein stummer Trakt. Ich weiß nicht, aber er ist ja egal. Stirb. Stirb. Okay. Tod. Ich geh mal weiter. Ich kann mich ja nicht die ganze Zeit hier unten aufhalten. Ach du F***. Ja, ich drücke X. Ist ja gut. Chill mal. Okay. Weiter geht's. Oh ja. Du stirbst jetzt. Alle sterben. Wo sag ich eigentlich, man stirbt, dass du sterben? Okay. Ich geh jetzt weiter. Nein, das ist meiner. Oh. Oh. Okay. Ja. Mann, Mann, Mann. Ist so stressig, bitte. Es geht auch anders. Das ist auch meine Scheiße. Ja, fall du runter. War auch meiner. Fuck, was mache ich denn heute? So, das war okay. What the fuck? Okay, jetzt müsste er völlig tot sein, oder? Immer noch nicht. Okay, mal direkt nochmal. Ach, da war einer hinten dran, okay. Chumpe ich mal hier rein und töte. Mann, itch! So. Wo geht's denn jetzt weiter? Hilfe! Ah! Okay, klar. Vor mir sind Panzer. Klar. Ja, ich, ich vereile mich. Seid mal nicht so reingeschnappt. Wir sind ja nur im Krieg. So. Ich muss doch hier hoch. Hallo hoch. Kann ich hier nicht hoch? So scheiße. Okay, gehen wir mal weiter. Road to line up. Oh, haltet die Linie. Ich muss hier hin. Verpiss dich. Alle weg. Nein, Panzerwerfer. Oha, Paketwerfer. Nein, Panzerwerfer. Klar, Panzerwerfer. Ich weiß nicht, was ich heute genommen habe. Ich bin irgendwie total niedrig. Aber sei es mal dahingestellt. Tot. Weg, 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 weg. Tot, ich muss hier durch. Verpiss dich. Ah. So. Noch mal tot. So. Erliebt hier immer noch. Wo geht's lang? Ich... Ha... Verpiss dich, Alter. Ich hab... Ich muss... Ich muss durch, durch, durch. Was muss durch? Was muss durch? So. Was ist das jetzt? Woller ich mal rum. Was muss ich eigentlich machen? Ich weiß jetzt überhaupt nicht. Wird schon stimmen, oder? Ich glaub's halt bald nicht. Ein bisschen hier noch... Ja, hier... Objective kommt gut. Also hab ich jetzt schon gesagt, es geht etwas, was ich immer nicht weiß. Der verfeilt hat mich die ganze Zeit irgendwo anders. Ich check's nicht. Also... Okay. Destroy the T5-5-Tanks. Also ähm... Zerstör die T5-5-Panzer. Und wie... Ein Reduce. Okay, ich soll was benutzen. Was soll ich benutzen? Oh, das... Das gefällt mir. Hab ich getroffen? Okay. Hier ist ab. Und... Bam! Okay. Zweitens... Bam! Und drittens... Jetzt muss ich noch Paun schießen. Dann... Dann... So... Jetzt kommen wir mal. Wie geht denn das jetzt hier weiter? Verhalte ich die mal? Weil jetzt bestimmt vom Haupten Leute kommen. Wäre natürlich logisch. Entsprechend der... Situation. Ähm... Wo lang? Ach, da unten. Okay. Was steht denn hier für eine Waffe? Ist das liebe ich gerade, oder? Ist das kein so? Glaub nicht, oder? Okay. Okay. Follow... Follow... Ja, ich... Follow... Ich würde ja gerne folgen. Ah, okay. Jetzt kann ich. So du... Ich hab's bei COD immer noch nicht gecheckt. Immer wenn ich den Leiter runtergegen würde, fall ich runter. Ich... Das ist irgendwie total komisch. Okay. Ballern wir mal runter. Das ist ja ein bisschen Zeugian. So, wir müssen tot sein. So. Tot, tot, tot. Ich mach euch tot. So. Soll ich runterjumpfen? Ja komisch. Jump mal runter. Oh, oh fuck. Dang. Cool. Skispringen bei COD. Genau. So. Ida zackelt gegen mich sowieso mal auf. Also fahre ich jetzt mal da rum. Dang. Tot. So. So. Ähm. Und jetzt. Ne, die wollte ich doch weg. So. Hier ist auch tot. Ich war das einer für meinen. Ich glaub nicht. So. Ne, die wollte ich noch. Ich wollte... Ah. Doch. Ne. Hä? Wie? Scheiße. So. Jetzt. Vielleicht mal runter. Ich weiß ja eh nicht, was ich bin. So. Ich glaub ich muss an die Fässer oder den was. So. Die Fässer. Die Fässer. Die Fässer. So. Sie hat einmal die Fässer. So. Hast du noch eins? Ver-fiss dich du Spassier. Ja. Am besten knallst du mich nicht ab. Ich bin ja nur ein Fein. Okay, manchmal ist das Spiel echt ein bisschen anders. So krass, was soll ich machen? Nix. Okay. So, dann chill ich jetzt erstmal. Okay, jetzt geht's weiter. So, wie meine Zeitleistung mir auch gerade anzeigt, habe ich mir noch ganz wenig Zeit. Und ich würde mal sagen, wie auch hier noch verbessern wird. Und fange dann neu an. Also, Quatsch, fange ich schon mal an. Ich mache nur einen Part. So hoch, bloß wie Spaß liegt. Okay. Das sieht mir jetzt mal nach einem erfolgreichen Part aus. Und, jo, da hinten darf ich noch hin und mache da mal einen Schnitt. Okay, man sieht sich im nächsten Part.